Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Ideologen der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Ist der Hai ein Fisch? Der Hai ist ein Fisch. Na, dann hast du ja vollkommen recht gehabt. Ja, selbst der Walhai ist ein Fisch. Ja, aber Wale nicht. Richtig. Haie haben Kiemen und zum Beispiel der weiße Hai, der muss auch die ganze Zeit schwimmen, sodass das Wasser durch die Kiemen geht. Also der kann nicht stehen bleiben, dann sinkt der und der kann auch nicht rückwärts schwimmen. Richtig. Das kennen wir ja aus dem einen oder anderen Film. Ich glaube vor allem, zuletzt zumindest, war das einer der 47 Meters da und ich glaube der zweite. Das kann sein. Da schwimmt der nicht rückwärts oder was? Ja, genau. Da haben die, glaube ich, eine Falle aufgebaut, wo er dann halt nicht mehr rauskommt, weil er nicht rückwärts schwimmen kann. Die Pfeife. Ah, siehst du mal. Das stimmt alles. Ich bin ja hier der Riesen-Hai-Fan und so ein bisschen Hai-Experte. Aber bevor das jetzt zu tief in die Materie geht, in die Tiefe, es ist folgendermaßen. Ihr hört uns jetzt nur, ihr seht uns nicht. Das liegt daran, dass wir räumlich jetzt noch weiter getrennt sind als sonst. Ich verweile in Hamburg. Peter ist wie immer in der Hauptstadt der Herzen in Bonn. Und das ist so, ja, wie viele wissen, ich war ja hier bei Kino Plus zu Gast, aber das war nicht der einzige Grund. Ich habe ein paar Tage hier in Hamburg verbracht oder bin noch da. Und wir wollten unbedingt einen Film besprechen, der sich da heißen tut, Black Demon. The, bitte noch dazu packen. Der kommt am 20. Oktober von Square One Entertainment, kommt der raus. Auf DVD unter Blu-Ray. VOD auch? Digital ist er schon raus. Ach, guck mal, digital könnt ihr euch den Riesen-Hai-Film schon reinziehen. Wir haben den, beziehungsweise Peter, da müssen wir bei der Wahrheit bleiben. Wir sind der transparente Podcast. Peter hat den Verleih angeschrieben, darum gebeten, weil wir beide riesige Hai-Fans sind und vor allem Hai-Film-Fans, dass wir doch bitte irgendwie in den Genuss des Films kommen können, damit wir den besprechen können. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir die Blu-Ray zugeschickt bekommen haben und dann war ich schon fort. Oh, sehr doof. Ja, ist halt so, ne? Mehr ist nix. Also bekommt ihr jetzt in Mini-Podcast-Form unsere Besprechung zu dem Film The Black Demon. Also es ist ein ganz aktueller Film aus dem Jahr 2023. Und in Szene gesetzt hat ihn der Adrian Grünberg. Da fragt ihr euch, wer das ist? Jemand, der erstmal die Second Unit regiert hat, unter anderem bei Filmen hier Apokalypto zum Beispiel von Mel Gibson oder Mann unter Feuer, Tony Scott. Da hat er halt Regieassistent gemacht, beziehungsweise die Second Unit inszeniert. Aber er hat auch schon Erfahrung auf dem Regiestuhl und zwar bei Get the Gringo mit Mel Gibson oder auch Rambo Last Blood mit Sliced Alone. Von denen ist ja zumindest einer aus Erinnerung her ganz gelungen. Das ist die Frage, welcher. Ja. Wir verraten es euch nicht. Ich fand beide eigentlich ganz okay. Ja? Ja. Get the Gringo habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ja, ist okay. Ich kann mich auch gar nicht mehr an viele erinnern. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ja, und jetzt hat er hier The Black Demon. Und da hat er so ein bisschen so eine Folklore, eine mexikanische Geschichte um den Gott Tlaloc in Szene gesetzt. Und dieses Tlaloc, das wird uns auch häufig in dem Film erklärt, wie man das richtig ausspricht. Ja. Der Junge muss das am Leib erfahren von diesem mexikanischen Lehrer. Tlaloc. Das wird so häufig gesagt. Ja. Peter, wir machen was. Möchtest du die Geschichte kurz erklären? Die ist ja relativ simpel, also gerne. Wir haben hier den Paul, gespielt von George Lucas. Ja, der hat bei Star Wars, glaube ich, geführt. Genau, ja, das ist er. Nee, der Josh Lucas, den kennen, glaube ich, eher Damen und vor allem das jüngere Publikum. Wir haben ihn schon in ein, zwei Filmen gesehen, aber also in den wenigsten Filmen, die ich so kenne, spielt er mit. In den wenigsten Filmen, die ich kenne, hinterlässt er einen positiven, bleibenden Eindruck. Hat sich hiermit wahrscheinlich nicht groß geändert. Das ist der einzige Film, der mir so wirklich jetzt im Gedächtnis bleibt. Also, das ist der einzige Film, von dem ich weiß, dass er da mitgespielt hat. Der spielt hier einen, was ist der? Da fängt es schon an, was ist der? Was er beruflich macht, er arbeitet für Nix & Oil. Das ist eine Ölfirma, die so Ölplattformen betreibt und da ist er, glaube ich, für die Sicherheit zuständig. Er ist, glaube ich, Sicherheitsbeauftragter oder irgendwie sowas. Ja, ich habe sogar, ich lese hier Vizepräsident. Das glaube ich aber nicht, dass der so hoch war. Besonders nicht, wenn man überlegt, was für schlechte Mittel ihm da zur Verfügung gestellt werden. Weil der, also so Vizepräsident hätte ich mir vorgestellt, der wird dahin geflogen. Aber der muss mit seiner Familie dort machen. Zufällig war er ja schon da, weil er auch beim Aufbau dieser Ölplattform da vor Ort war. Das heißt, er kennt die Gegend und ich glaube, er nutzt das Ganze dann einfach, um mit seiner Frau und seinen beiden Kindern dort dann halt quasi parallel auch Urlaub zu machen. Und er kommt dann ganz kompliziert. Das Ganze spielt in Mexiko und ich denke mal, dass das Ganze dann auch im Golf von Mexiko ist. Das wird, glaube ich, gar nicht so richtig gesagt. Ja, also auf jeden Fall macht er den Urlaub mit seiner Familie. Passenderweise wird er angerufen, ob er denn da nicht mal kurz auf der Plattform vorbeischauen kann. Irgendwas reparieren oder so. Also er ist gleichzeitig dann auch der Handyman. Also er soll dann auch irgendwie Hand anlegen und da Sachen reparieren. Das ist alles ein bisschen unglaubwürdig, weil er eigentlich eher so White Collar ist. Also eigentlich ist er eher so Bürofuzzi, der Sachen abnickt oder unterschreibt und so weiter und eher so hinterm Schreibtisch agiert. Bekommt ja auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Genau und er muss dann irgendwie so angeblich vor Ort dahin fahren. Das ist alles so ein bisschen dubios und damit ist natürlich auch der Urlaub gesprengt. Genau und er lässt sich dann halt zu dieser Bohrinsel fahren, während die Familie dann halt vor Ort bleibt und die werden dann einfach mal von den Einheimischen blöd angemacht. Und zwar so blöd angemacht, dass sie wirklich es mit Angst zu tun bekommen und dann ihrem Vater beziehungsweise dem Ehemann halt hinterher fahren, um dann festzustellen, dass diese Bohrinsel von einem riesen Megalodon theorisiert wird. Ja, dann hängen sie da fest und dann ist die Frage, wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Genau. Das ist soweit die Geschichte von The Black Demon. Genau, was ich erstmal ganz cool finde ist tatsächlich dieser Folklore-Ansatz, dieses Abergläubige und das, wofür der Hai dann letztlich steht. Der wird ja El Demonio Negro genannt. Richtig, Si Senor, El Demonio. Ja, das Black Demon also, also der schwarze Teufel und der wird ja dann auch von vornherein quasi als so eine Art Racheengel hier etabliert. Ja. Der sich an den Menschen und an dem, was sie halt, ich sag jetzt einfach mal in der Meereswelt halt anstellen, sich halt recht. Vermutest du da etwa eine Botschaft hinter? Ja, natürlich. Aber die ist sehr subtil, ganz subtil in den Film eingewebt hier. Genau, das merkt man 0,0. Aber ich finde das auch nicht schlimm, dass die damit halt hausieren gehen, weil das, was sie damit halt sagen, ganz nett eigentlich ist. Absolut, also der Film ist mega plakativ, das kann man schon sagen. Das wollte ich schon sagen. Also es ist von vornherein klar, Black Demon ist quasi der weiße Mann, interessanterweise auch. Also der schwarze Dämon ist eigentlich der weiße Mann. Und wir bekommen hier eine Öko-Botschaft mit dem Holzhammer in die Fresse gehauen, was okay ist. Der ist super plakativ, der Film. Also nicht jeder Film muss subtil sein und so weiter. Ja, also der Film hat ein anderes Problem, glaube ich. Okay, aber da muss ich jetzt mal kurz nachfragen. Du sagst, der Black Demon ist der weiße Mann? Das ist doch eher umgekehrt. Der bestraft ja den weißen Mann dafür, was er da anstellt. Ja, also ich habe das Black Demon eigentlich die ganze Zeit als Symbol gesehen. Also der eigentliche Dämon, das eigentliche Monster ist dann der weiße Mann, der dafür sorgt, dass die Leute da auf der Bohrinsel eben einen Scheißjob haben. Weil die ganze Stadt hat ja davon gelebt. Das ist ja auch im Kapitalismus immer so dieses Argument, ja wir sorgen für Jobs, wir sorgen dafür, dass es den Leuten gut geht, den Familien und so weiter und so fort. Allerdings ist diese Stadt, in der die da sind und in der der Vater, der Paul natürlich vorher schon mal war, ist wie ausgestorben, weil es einfach gar nicht mehr läuft und alles total mies läuft. Geht ja nur um Bereicherung, ne? Also man verkauft das ja immer ganz gerne damit. Kapitalismus, genau. Ja, ich hatte das gerade dann, hätte ich dich halt ein bisschen falsch verstanden, weil das Wichtige ist ja, dass der Black Demon, der Megalodon hier quasi das Gleichgewicht damit halt auch wieder herstellen möchte. Indem er das halt zerstört, was der weiße Mann halt kaputt macht. Genau und das hast du ja schon richtig gesagt, der Black Demon oder der Megalodon, der steht ja für was. Ja. Und das finde ich ist schon so das erste Problem des Films, weil wir haben es so mit einer kleinen Mogelpackung zu tun. Wir sind nämlich davon ausgegangen, dass es sich hier um einen Hai-Film handelt oder um ein Creature-Feature. Ja. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es das nicht wirklich. Nee. Der Hai nimmt eine, also für seine physische Größe nimmt er dann doch einen sehr kleinen Teil ein und es geht gar nicht um den. Ja. Es geht für das, was er steht. Es geht eben um diese Umweltbotschaft, ne? So der Mensch zerstört die Umwelt und dass er dafür bezahlen soll. Es geht darum, dass der, ja sag ich mal, der Kapitalismus in Form des weißen Mannes, ja zum Beispiel da in Mexiko oder auch in anderen Ländern, ja die Menschen ausnutzt. Großen Schaden anrichtet. Genau, dann wird das alles noch verbunden mit einem religiösen Unterton, denn am Ende wird ja auch viel gebetet und dann driftet so in den absoluten Ultrakitsch ab. Das kann man alles reinbringen, also wie gesagt, ich finde die Botschaft und so finde ich alles auch gar nicht problematisch. Ich finde es halt so schade, dass der Hai, und das wird dann so damit erklärt, he only attacks when he wants, sagt der eine Mexikaner auf der Bohrinsel. Und das bedeutet übersetzt, der Hai greift immer dann an, wenn das Drehbuch es braucht. Ja, oder wenn es Geld es zulässt, das Budget. Ja, genau. Es ist ein Riesenhai, der die ganze Zeit gegen diese Bohrinsel, gegen diese Ölplattform halt gegenschrammt, damit die irgendwie kaputt geht, was auch immer. Gleichzeitig ist die auch noch manipuliert. Ja. Also das ist halt gar nicht so, dass der Hai die ganze Zeit da irgendwie die Leute angreift. Man hat leider sehr wenig von diesem Hai, was ich sehr schade finde, weil erstens, der hat eine geile Dimension, dadurch, dass er ein Megalodon ist. Ist halt also mal riesig groß. Aber er sieht eigentlich cool aus. Auf der anderen Seite merkt man natürlich das CGI dann schon. Wenn er in Action tritt, widerspricht das Ganze häufig irgendwie der Physik. Weil das Ding einfach riesengroß ist und teilweise in ganz winzigen Räumlichkeiten irgendwie doch noch manövrieren kann, mehr oder weniger. Wir sind ja relativ viel Unterwasser unter dieser Bohrinsel. Und da hast du überall Strippen, Gerüste und etc. pp., wo du dich als Mensch, als Taucher wunderbar bewegen kannst. Aber wenn du dann erzählt bekommst, dass der Hai sich da ohne Probleme, ohne dass da ständig irgendwas bricht, wodurch das Ganze dann so instabil werden sollte, dass das einbricht, sich bewegen kann, dann ist das einfach nur Quatsch. Das fand ich irgendwie schwachsinnig, wie sie da dann das größte Verhältnis irgendwie dann doch falsch interpretiert haben. Nur damit der halt auch in dieser Situation, in dieser Umgebung auch attackieren kann. Ja, oder eben zurechtgebogen. Ja. Und das ist schade, weil zum Beispiel The Meg, den ersten Teil mögen wir nicht besonders, der zweite macht ein paar Sachen besser. Aber auch da merkt man ja, dass der Megalodon ja aus dem Computer ist. Das ist auch gar nicht schlimm. Das kann ja gar nicht anders sein. Aber da macht The Meg tatsächlich ein paar Sachen besser oder interessanter, beziehungsweise unterhaltsamer. Indem man da einfach die Leute gegen den kämpfen lässt. Und das ist hier ja irgendwie gar nicht der Fall. Ohne jetzt großartig zu spoilern. Man ist eben so ein bisschen ausgeliefert und versucht halt, wenn man gerade da unter der Insel da was erledigen muss, versucht man halt schnell wieder hochzukommen und hin und her. Und der Bodycount ist nicht sehr hoch in dem Film hier. Ja, das fände ich jetzt aber auch nicht so schlimm, wenn wir dann häufiger irgendwie einen funktionierenden Spannungsbogen hätten. Weil es leider hier nicht viel hergibt. Wir haben ja dann zwischendurch mal so Momente, wo es dann wieder spannend wird, wenn dann zum Beispiel sie mit dieser Tauchglocke in die Tiefe abtauchen. Aber dann ist mein Problem in der Regel, dass die Spannung dann durch ganz dummes Drehbuchschreiben dann irgendwie kaputt gemacht wird. Weil der Hai, ohne das jetzt viel vorwegzunehmen zu wollen, der Hai, der so eine Tauchglocke dann in Riesengeschwindigkeit in die Tiefe mitnimmt und dann zerfetzt. Und zwei Sekunden später soll dann die Leiche schon wieder oben auftauchen. Das finde ich dann irgendwie ziemlich albern. Ja, da stimmen so ein paar Sachen nicht. Aber wenn du einen unterhaltsamen Film hättest oder einen spannenden Film, dann wäre das eher so nebensächlich. Dann wäre das eher sekundär. Genau, richtig. Ich habe schon das Problem, dass diese ganze Grundidee schon irgendwie auf wackeligen Füßen steht. Wenn er da Urlaub macht, dann wird er angerufen, dann muss er das machen. Und dann, obwohl er eigentlich eben so ein Bürohengst ist, warum muss er da hin? Also klar, es wird so gezeigt, er hat halt Ingenieur-Erfahrung und kann da auch was. Aber irgendwie fühlt sich das nicht so organisch an und genauso wenig die Beziehung dieser Familie. Also ich finde keine der Darstellungen hier überzeugend. Ja, korrekt. Weder von Josh Lucas noch von Fernanda Orejola, die wir aus Cry Macho unter anderem kennen. Da spielst du da die junge Dame da, die mit dem Clint. Ja, also so die weibliche Hauptrolle im Prinzip. Ja. Die Chemie zwischen den beiden findet einfach nicht statt. Denen glaube ich einfach diese Beziehung nicht. Ich glaube denen die Familie nicht. Dann der Junge, also die haben ja zwei Kinder, so ein Teenager-Mädchen und kleineren oder jüngeren Jungen. Und der spielt also entweder komplett abwesend, also so apathisch. Ja, auf jeden Fall. Oder komplett drüber. Aber so unglaubwürdig drüber, ich weiß nicht. Also da fängt es schon an. Ich finde ja generell die Idee gar nicht schlecht. So ein Kammerspiel auf dem Wasser hat man zwar schon tausend Mal gehabt, aber noch nie jetzt auf so einer Bohrinsel. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil letztlich entpuppt er sich ja dann hinten raus, hauptsächlich auch irgendwo als Familiendrama. Es ist ja nicht nur der Kampf dann vom Paul um die gesamte Familie, sondern es geht ja dann auch um so viel mehr, weil es ja dann noch ein Reveal gibt. Es ist ja dann nicht nur der physische Kampf, sondern halt auch der Kampf um das Funktionieren der Familie. Da ist es natürlich schwer von Vorteil, wenn das auf der chemischen Ebene, also der Chemie der Darstellungen halt auch funktionieren würde, was hier leider wirklich nicht der Fall ist. Ja, wie gesagt, da ist keiner schauspielerisch überzeugend und man muss da schon einiges irgendwie glauben. Ja. Das kommt nicht rüber, das ist schade. Allerdings hat der Film ein konsequentes Ende, was mir sehr gut gefällt. Also wie gesagt, so inhaltlich ist der eigentlich ganz cool, aber ich hätte mir dann doch mehr Creature Feature gewünscht. Und ja, eigentlich am Ende macht das richtig, aber man hätte so viel mehr aus dem Kammerspiel machen können, wenn das alles dann glaubwürdiger wäre. Und das Problem ist auch, die Dialoge sind im Prinzip auch so Phrasen, die man schon kennt. Es ist so das übliche USA und Mexiko, so Einwanderer oder halt so der Arbeiter gegen Kapitalist und so weiter. Ja, muss nicht innovativ oder weltbewegend sein, aber da sind auch die Argumente oder die Dialoge nicht clever geschrieben oder es ist halt nichts, was man nicht schon mal gehört oder gesehen hat. Ja, das Ende hat mich dann tatsächlich überrascht, weil er nämlich wirklich, also der Film, der geht eine Stunde 40 Minuten, also knapp 100 Minuten sowas in der Richtung. Er ist relativ schnell, wenn es darum geht, das Szenario zu erstellen. Also die sind innerhalb von 30 Minuten sind die auf der Bohrinsel und sehen sich dann halt eine Stunde mit dem Megalodon konfrontiert, beziehungsweise eigentlich eher miteinander streiten. Ja. Was auf Dauer dann tatsächlich auch ein bisschen wenig ist. Also da passiert halt gefühlt nicht viel, außer wenn sie dann halt am Schluss irgendwie dann nochmal einen Gang hochschalten und es dann schaffen, innerhalb von 10, 15 Minuten einfach mal ein knackiges Finale zu erzählen. Da war ich auch recht überrascht. Da hätte ich jetzt eher gedacht so, das formulieren die jetzt noch viel länger aus und dokt dann danach rum. Aber das war so, Plan, Umsetzung, erledigt. Punkt. Und dann kein Abspann, also nicht irgendwie noch beim Abspann irgendwelche Blöden, wie es der Familie jetzt geht und solche Geschichten. Drei Monate später. Genau, genau. Das haben sie zum Glück dann alles weggelassen. Das macht The Black Demon wirklich gut. Sobald der Film alles erzählt hat, ist dann auch vorbei. Ja. Da ist dann nicht so viel Fleisch dran, aber zwischendrin schon. Also da dreht er sich dann wirklich im Kreis und da ist es dann leider nicht spannend. Und der Hai gibt dann leider, sorry, wir haben ihn jetzt als Hai-Film hier angefordert und haben Creature Feature gewollt, gerade hier im Halloween-Monat Oktober. Nochmal schön so ein Horrorfilm und das ist er eigentlich, du hast schon gesagt, das ist halt eher ein Drama. Klar, ist der weiße Hai auch. Kann man machen. Drama als Horror. Funktioniert. Aber eben hier nicht durchgängig gut. Das fand ich sehr, sehr schade, weil hier auch wieder einfach Potenzial verfeuert. Es sind teilweise erfahrene Schauspieler dabei, aber die bringen es nicht rüber. Ich weiß nicht, ob es an der Regie liegt. Wahrscheinlich. Drehbuch hat auch so seine Schwächen. An sich ist es ein ganz cooler Mythos. Also diese Geschichte da mit dem Klarlog und die Rache und so weiter und so fort und auch eine coole Idee eigentlich, so einen Megalodon dann als Racheengel einzusetzen. Aber die Umsetzung, da hapert es dann wieder. Eine Idee reicht halt alleine nicht aus, um einen guten Film zu machen. Und dafür ist er dann auch zu ernst, weil das ist jetzt kein Asylum-Trash. Also so bei Five-Headed Shark Attack kann man sagen, ja gut, komm, Kack-Schauspieler, mehr hast du nicht erwartet, sieht alles scheiße aus, aber ist lustig, dass der Hai auf einmal fünf Köpfe hat und vor allem, wo der fünfte Kopf herkommt und so. Das ist alles ganz witzig. Aber hier, ah, da fehlt mir dann, so die Action ist halt lahm einfach. Ja, da hilft auch tatsächlich das R-Rating nicht, auch wenn ein, zwei Kills, ja, wobei das Ergebnis ist dann eigentlich immer das, was überzeugen kann. Also wenn dann mal so jemand in zwei Hälften geteilt wird und wir dann Gedärme rauskommen sehen, hätte ich gerne mehr von gehabt, weil das in den ein, zwei Szenen schon ganz cool aussah. Auch wenn es CGI war, konnte ich gut mitleben. Ja, oder auch das, was man im Wasser sieht, also wenn die dann unter Wasser gehen und was dann da so rumschwimmt. Das war eigentlich schon so ein bedrohliches Szenario und das sah auch irgendwie ziemlich gruselig aus. Aber viel zu selten. Ja, naja, wie gesagt, nicht so viel draus gemacht, das ist sehr schade. Ja, wäre für mich auf jeden Fall auch mal interessant zu sehen, wo wir den so vergleichend einordnen würden, weil ich hatte ja in letzter Zeit oder zumindest vor ein paar Wochen mal etliche High-Filme geschaut. Ich weiß auf jeden Fall, da gibt es definitiv ein, zwei Filme, die da noch drunter liegen würden. Ja, ja, aber dafür plätschert mir einfach so ein bisschen zu sehr dahin. Das ist schade, weil da war wesentlich mehr drin. Also er ist natürlich kein, also Jaws, klar, das ist er nicht. Er ist auch kein The Shallows, das ist er auch nicht. Den kann man da auf jeden Fall auch so bei den Guten nennen. Und unterhaltsam fand ich auch hier The Bait, nee Bait, 3D, High im Supermarkt oder so. Ja, genau. Warte mal, welchen fandst du letztens noch gut? War das Rick Quinn oder? Nee, das, der, ganz im Gegenteil. Ah, okay, nee, der andere. Wie hieß der denn nochmal? Ja, ich habe mir nur den vom Schlechten gemerkt. Äh, The Reef. Ach ja, stimmt. Ja, also ich würde jetzt auch prinzipiell nicht abraten, also ich würde ihn jetzt nicht als schlecht bezeichnen, aber es hat kein Creature Feature. Das hat mich halt am meisten geärgert, ne? Mogel, Packung, Etikettenschwindel klingt jetzt nach einem harten Urteil, aber solltet euch schon im Klaren darüber sein, dass es jetzt nicht so viel High-Action oder nicht so krasse High-Action gibt wie in The Mag 2 zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das heißt, es ist eher was für die Drama-Fans unter euch, die dann halt so das Ganze gewürzt haben möchten mit so High-Creature-Feature, aber nur gewürzt. Kleine Brise davon. Ja, viel mehr habe ich dazu jetzt eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ihr könnt den auf jeden Fall schon online digital schauen. Ansonsten könnt ihr den ab Freitag, 20. Oktober auf DVD und Blu-ray kaufen. Es ist jetzt keine direkte Empfehlung von uns, aber auch keine End-Empfehlung. Ich weiß nicht, was sagt er. Kein Abraten. Genau, also es gibt wesentlich schlechtere Filme da auf dem Markt. Definitiv. Und wenn ihr keinen Bock auf diese im Billo gedrehten Dinger habt, weil der High sieht auch cool gemacht aus, das kann man schon sagen. Also wenn ihr da auf diese billig runtergekurbelten keinen Bock habt, so dieses typische, die schwimmen dann da im Meer rum und dann ab und zu kommt der High vorbei. Hier hat der inhaltlich auf jeden Fall mehr zu bieten. Dann zieht euch den rein. Der nimmt sich halt auch ernst. Das ist auch ganz cool. Das ist halt kein Schmonz. Ja, aber es ist trotzdem dann auch noch ein Schritt entfernt von so schlecht, dass er geil ist. Ja, nee, ich würde ihn also so zu den ernsteren Filmen zählen, aber dann ist er so einer aus der zweiten Reihe. Ja. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja, schön. Dann haben wir es auch noch geschafft, den Film im Halloween-Monat in den Halloween-Specials unterzubringen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall demnächst auch vielleicht mal auf ein Ranking von High-Film freuen. Ja, wahrscheinlich im nächsten Monat. Genau. Da werden wir es zeitlich wahrscheinlich hinbekommen. Wir hatten schon ein paar sehr schöne Halloween-Specials, unter anderem mit dem Alper haben wir über The Exorcist gesprochen. Wir haben mit dem Thilo Gosi-Johann haben wir über Theater des Grauens gesprochen. Und am kommenden Sonntag sprechen wir über einen Klassiker des Untotenfilms. Oh, darauf freue ich mich ja besonders. Aber diesmal dann auch in Originalbesetzung zu zweit. Ich freue mich. Ja, und ich freue mich auch noch über die Reviews, die wir noch erstellen werden zu Saw X. Also Saw X. Und vielleicht sprechen wir noch über einen Film von Stanley Kubrick. Aber schauen wir mal. Ja, kommt Zeit, kommt Halloween-Specials. So sieht es aus. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören. Dieses Mal in einer abgewandelten Form, aber wir sind uns nicht zu schade, trotzdem für euch Inhalte zu produzieren. Viel Spaß noch im Halloween-Monat Oktober. Peter, vielen Dank, dass wir das so machen konnten. Vielen Dank fürs Schneiden. Ich verabschiede mich bis zum Nächsten. Wir sind uns ja für nicht zu schade und haben euch, glaube ich, in diesem Monat auch wieder schön viele Beiträge zur Verfügung gestellt. Aber das ist ja auch nun mal unser Lieblingsmonat. Wir freuen uns schon derbe auf Halloween und auf etliche Stunden puren Horrors, den ihr natürlich auch bei uns findet. In diesem Sinne hoffe ich. Das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil das kein Podcast in dem Sinne ist. Darf ich meine Floskel abbringen? Nee, oder? Ja, aber Sinephil heißt das nicht, ne? Das ist ein Halloween-Special. Nee, egal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das hier alles gefallen hat. Und ich würde mal sagen, wir hören voneinander demnächst. Und ich würde mal sagen, wir hören voneinander.